Herzlich Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Late Night Mob. Aber ich bin nicht allein, bei mir ist der Sensationelle, der Einzigartige, der Mann, der die Möppe schwingt wie kein zweiter Benjamin. Hallo. So, Benny, die obligatorische Frage wie immer. Do you know this game? Nope. So, einmal will ich es erleben, dass du sagst, jup, kenn ich. Da mach ich mir ein Sektfrühstück hier. Jo, dann schrank mal die Lange. Let's play the game. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick clean up? I made a bit of a mess and I need the house cleaned. I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Okay, alle klar, wir sind, wir sind eine Reinigungskraft, Benny. Wir sind Puzzis. Wir sind eine Reinigungskraft. Ja. Click to pick mob. Achso, wir müssen den Mob picken. Klar. Hmm. Kann ich dir jetzt hier. Ah, okay. Okay. Schön. Meine Güte. Super, jetzt war ich hier die Wohnung für so einen fremden Penner sauber, oder was? Okay. Also das ist mit dem Klicken triggert mich, ne? Ach, äh, äh, okay. Mit dem Klicken triggert ich? Ja, es erschreckt mich jedes Mal. Jedes Mal dieses Klacken ist bei mir so... Ich zuck jedes Mal zusammen. Ach so. Du sollst übrigens Tab drücken, weil da deine nächsten To-Dos drauf liegen. Ah. Bathroom, Living Room, Kitchen, Hallway, Office, Master Bathroom und Master Bathroom. Alles klar. Das ist ja gar kein Problem. Dann kicken wir uns hier mal um. Alter, wie das hier wieder aussieht hier. Kickt ihr das an. Haben die gemacht? War die hart? Du, aber. Das ist doch Stuhl. Das singt doch. Na, sag mal. Ihr Schweine. So war es ihr gehaftet. Ja, ich reinige meinen Teppich auch immer mit meinem Wischmopp. Ja, das ist halt... Der Swiffer schafft es. So, Alter, was geht denn hier ab? Ein paar Gäste waren da. Was haben die hier trieben, Junge? Ja, ich glaube, die Eltern waren weg und die haben einfach Party gemacht, die Kinder. Irgendwie. Keine Ahnung. Oh, krass. Das ist ja eine schöne Menge Müll. Oh, okay. So. Und vor allen Dingen alles Wasserflaschen, wisst du? Was für eine Party waren das, bitte? So. Oh, die Dose sieht aber auch... Ei, ei, ei. Ja, die hat gelitten. So. So, weil Saubermachen auch im Real Life schon so viel Spaß macht, hab ich mir jetzt echt das Spiel besorgt. Ich habe letztens so einen geilen Spruch gelesen, irgendwie, wenn du dich unnütz fühlst, ein Kumpel von mir hat gerade eine Viertelstunde im Stausch wandten. In einem Spiel. Das ist schon geil, Alter. So. Ja, alles. Also das ist jetzt... Also bei euch leuchtet das Spiel flüssig, ja? Ihr seht das flüssig? Ja, so, so, so. Geht so. Ja, es ist okay. So leidlich, ja? Ja, also. Es geht. Es ist okay. Also. Ja, bei OBS sagt mir... Emotional Damage. So. Ja, im Worst Case müssen wir halt dann gegebenenfalls die, ne, vom Stream nehmen. Die Aufzeichnen. Na, Hauptsache, ihr seht es gut. So, wenn wir hier fertig sind, sollen wir auch noch bei euch vorbeikommen, irgendwo putzen oder was? Wir sind ja gerade so bei. Ah, du, ich habe so Meldungen im Chat, sehen wir auf jeden Fall einige, ne? So Multifunktions-Wischmob hätte man gerne. Oh, Kitchener hast du gereinigt. Sehr schön. Kitchener mal sauber gemacht, wie die Eins, Alter. Was gab es denn überhaupt? So Candlelightern, da wer hat denn dir die Kerzen eingelassen? Und so Brot. So geiles Brot. So, was haben wir hier? Oh, Alvin-Cereals. Was ist denn jetzt so ein Koala? Schön. Schön, schön, schön. Nudelholz, wunderbar. Läuft hier? Ja. Sieht eigentlich ganz geil aus. Muss ich sagen, von der Grafik. So. Ach du. Was ist denn denn da, Alter? Musst du jedes Mal jetzt zum Mülleimer da hinten hinlatschen? Ich kaufe doch bitte nicht, Alter. Das würde mich jetzt sehr schön... Nerven. Ich muss mal gerade ganz kurz meinen Monitor ein bisschen heller stellen. Also bei mir ist es ja richtig dunkel wieder. Ich sehe ja gar nichts. Allwieder. Ich sag mal nur eins. Wisch doch mal hier. Denn hier ist Stuhl von der Party von gestern. And I wish you were here. Kannst du auch immer nur... Weißt du, wer das war, Benni? Ein Eins mitnehmen? Nee. Ich glaube, ich hab da einen Mob in der Hand. Kann die so viele Sachen aufnehmen. Warte mal, guck mal. Ist das hier? Okay. Nichts. Oh. Hier ist ein Key. You grabbed the Office Key. Nein. Höhöhöh. Ah. Ohohohoho. Okay. Okay. Du auch erstmal doch da weiterläufst und den gar nicht gesehen hast. Den Typen, der da so... Na, ich war gerade... Ich war auf das Stück Papier gerade fokussiert, weil ich... Das war übrigens der weiße Riese, der da gerade... Alter, Mammus, sei nicht so sensibel. Komm, Alter. Okay. Schwummt. Okay. So, lass mich raten. Horbe haben wir auch. Wunderbar, schön. Ja, und wenn du nach dem Spiel noch genug Lust hast, weiterzuputzen, die Mutti freut sich über Fensterputzen bei sich. Fensterputzen. Ah, Gott, Gott, Ektra. So, komm. Höhöhöh. Mann, Alter. Mh. Mann, so kann ich aber nicht in Ruhe wischen, Freundchen. Da. Mh. Ohohoho. Unangenehm. Ja, das ist ja auch... Sehr unangenehm. Gar nicht creepy. Gibt es hier Licht? Weiß ich nicht. Ich würde ja gerne mal Licht anmachen. Dann sieht man den Sausteil hier. Oh, das Game ist jetzt schon unangenehm. Das mit dem ersten Wischen war das schon unangenehm. So. Bums. Und hier hin. Alter. Oh, hier. Der nächste Key. The Bedroom Key. Okay. Hier machen wir nochmal ein... So. Abergalopp. Hoppi, hoppi. So. Das ist auch noch. Genau, das wollte ich gerade sein. Das ist auch noch ein bisschen schmutzig. Ja, Qualitätskontrolle muss sein. Okay. So, schön. Alles klar. Haben wir. Ah, wunderbar. So, wenn du das Wohnzimmer schon mochtest, dann wirst du dich aufs Bad freuen. Was? Oh Gott. Kann man das aufmachen? Nee, mach doch. Also. Bitte mach das. Ey, da kommt doch gleich wieder irgendwie dieses Gesicht da hinter dem Vorhang vor. Ich wäste mit dir. Dieses Gesicht. Wie willst du das anders betiteln? Was macht der denn? Der sagt doch auch nur, hallo. Ey, was? Was war das? Es knackte. Es knackte hier so schön. Ich mach mal für den Chat ein bisschen lauter, damit die auch was davon haben. Wunderbar. Haben wir das? Ich glaube, wir haben das Bad sauber gemacht. Ja. Das Bad ist sauber. Na war. Schön. Okay, 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 okay. So. Gib mal, ob hier vorne. Ja, hier haben wir doch bestimmt noch hier. Genau. Die Tür ist blockiert. Da brauchen wir wahrscheinlich noch den Schlüssel für. Da hinten haben wir noch eine Tür. Genau. Also da durch. Ja, also wenn das ein Partygast ist. Ich weiß jetzt ja nicht, wie die heißt. Die mexikanische Reinigungskraft. Nein, ich nix erschrecken. Ich mache nur Putschen. Wie heißen die nochmal? Also das ist doch. Hört's doch mal auf, Alter. Was habt ihr für eine Sauerei veranschaltet? Ihr Schweine. Ich geht. Oh. Was ist das schon wieder für ein Spiel, Stili? Du wirst, ich hole die Warenperlen ans Tageslicht. Alter, Alter, Alter. Ach Gott. Oh, da ist auch, jetzt wissen wir auch, warum geblockt ist. Guck mal, das ist vor der Tür. Ist einfach der Schrank. Hingestellt worden. Ja, hier ist, äh, hier ist ne richtige Partyabgang. Du hibst hier wenigstens Müll da hinten. Ach Gott, Alter. Ah, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wo hast du denn hier Müll einmal gesehen? Ich hab den nämlich gar nicht gesehen gehabt. Also, schöner Plastikpapierkorb. Tatsächlich hatten wir den alle mal, glaube ich. Ja. Denn ich habe mich zwar dann irgendwann mal raufgesetzt und dann war er komplett im Arsch, aber gut. Klassiker, wa? Ja, ich glaube, so, das ist der Werdegang eines jeden Plastikpapierkorbs dieser, dieser Baureihe irgendwie. Irgendwann mal umgedreht, raufgestellten. So. Warte, hat da gerade jemand geklopft? Ich will ja nicht wissen, wer da geklopft. Die gute Rum-Cola-Party, ja? Hm, Fuji-Party. Warum setzt man sich auf einen Papierkorb? Ja, als Jugendlicher? Ja. Die Frage stellt sich nicht als Jugendlicher. Einfach machen. Du machst das einfach. Weil du das kannst. Weil du das kannst. Oh, die Maus ist wirklich... Ja, ja, du guckst gerne mal ein bisschen nach oben oder drehst dich um 360 Grad. So, zum. So, okay. Kann ich jetzt, weil dann kann ich... Ah, hier ist da aber noch was zum Fischen. Äh, oh, ja, genau. Warte, warte, dreh zu. Ah, ich hab' noch drauf. Mhm. Kannst du das überhaupt... Was ist echt jetzt, Alter? Säubern? Also... So, was ist hier? Kolgarten? Ja, du kannst ihn ja schön. Du kannst ihn wirklich sauber machen. Ist ja mal... Hm, du kriegst doch nie wieder aus meinem Maub raus. Der ist doch am Arsch! Der ist doch fast alt! Also, ehrlich. Blut geht so schlecht raus. Okay. So, die Kerzen soll man einlassen oder was? Ja, lass die einfach an. Komm, wir haben... Ist doch jetzt gecleant, oder? Ist, äh, nicht? Gut. Guck doch mal, was müssen wir denn noch reinigen? Oder brauchen wir noch... Wir brauchen noch... Ach nee, warte mal. The living room. Ach, the living room. Warte, echt? Living room? Haben wir den noch nie fertig? Hä? Warst du da nicht am Anfang? Ja? Ich dachte, kann man was übersehen? Den Apfel. Dieser Apfel. Ja, der muss in Müll. Ach, Kika, hier hinten. Na, sag mal. Eine einzelne Büchse. So, shit. Ah. So. Und jetzt musst du den... So, schön. Go home. Go home. Na bitte. Oh, okay. Ich nix mehr machen heute. Ich hab ein bisschen Schiss. So, mit go home und so. Oder... Okay. Wenn da jetzt eh noch alles ausgekippt hat. Rastig aus! Rastig aus! Ja, du sollst... Sag wie es ist! Investigate? Ich bin irgendwie scheiße. Ja, ich hab's auch mal gemacht. Geh da. Oh! Können wir, wir können auch hier hin. Wir können auch hier hin. Okay. Wir können auch hier hin. Also. Aber? Aber wir kriegen mal das. Wir müssen... Oder? Benni, komm, wir kriegen mal das. Was ist das? Ah! Ne, ne. Da flackert's. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ah! Hoppala. War ein bisschen gerade hochgeschrien von mir. Entschuldigung. Oh, okay. Very dead ending. Ach du Scheiße, es gibt mehrere Enden, oder was? Ähm, es ist vielleicht ein bisschen zu früh, das zu sagen, aber vielleicht nicht in mein Haus. Ich erinnere mich, dass ich ein Dämonen verletzt habe und es total vergessen habe. Kann man nochmal verressen, du alte Luftpumpe, Alter. Und gesund und lebend und lebend. Okay, bye. Was war das für ein Anruf? Okay, bye. Das war ein Spaten, Alter. Ja, ihr Lieben! Das war's. War geil. Hat Spaß gemacht, irgendwie. Wollen wir noch ein Ende kicken? Was? Wie? Was? Wollen wir noch ein anderes Ende versuchen? Indem wir einfach gehen? Na ja, vielleicht. Okay. So, gleich gehen. Das wäre auch geil. So, gib der Ding her. So. Ne, ne, ich glaube, du musst erstmal so Tutorial, musst du glaube ich durchmachen. Ich glaube, danach könntest du gucken, ob du gehen kannst. Ja, da, so, bitte. Gut, gut zu Trash. Mal tappen. Wunderbar, schön. Jetzt könntest du wahrscheinlich gucken, ob du gehen kannst, aber... So, tatsächlich habe ich auch schon mal Unternehmen kennengelernt, die so arbeiten. So, okay, können wir aber nicht, können wir nicht. So, Mist. Ja, dann, äh, auf geht's. Putzen. So, könnt ihr jetzt auch mal probieren, einfach gleich an die Schlüssel ranzukommen. Ja, wir können doch gleich hier rechts, äh, da vorne durch die Tür, und dann war doch gleich der Schlüssel an der... What? I'm the one who knocks. So. Ah, schön. Schön hier, schön. Können wir jetzt? Haben wir jetzt mal gucken. Ah, da ist er. Hallo. Na? Bist du der Putzteufel? Oh Gott. Oh, es sieht aber auch wirklich fies aus. So. Meine Güte, die Maus ist aber auch... Also, du meinst, einfach alles, alles einmal... Jetzt, geh doch mal zurück zum Bedroom. Mach mal gar nicht sauber. Geh, einfach mach die... Mach einfach mal die Tüne auf. Und jetzt schön da wohne, und hör doch mal auf zu klopfen. Äh... So, und... Also, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag drin. Genau, und jetzt einfach geh. Da hört's auf. Ich geh jetzt. Da hab ich kein Bock drauf. Ah, außer das kommt... Also wirklich. Was spinnen denn die Leute? Was denken die, was wir hier machen? Das ist ja hier Leben am Limit. Hämme. Ah, ich hab ein bisschen Schiss. Oh, okay. Na, du dicke Fuß, alter. Ja, lief. Okay. Nope, nope. Well, well, well. Glad to know I could count on you to get the job done. Oh, wait, you didn't. You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh, and also, you're fired. Oh. Aber. Tja, da wolltest du auch sagen. Äh, äh, ja. Nee, ist mir... Ihr feuert aber am Leben. Richtig. Ist doch. Nicht verkehrt. Oh. So, wir sind natürlich zurück, weil wir können's nicht lassen. Wir können's nicht lassen. Ja, der Schmutz ruft uns förmlich irgendwie. Call on me, call on me. So, okay. Es gibt noch ein letztes Ende freizuschalten. Ja, schafft den vollkrabig. Ich will einfach nur putzen. Hey. Alter, ist ja gar nicht laut. Knack. Das? Bin ich laut oder war das Spiel laut? Nee, das Spiel gerade war sehr laut. So, jetzt. Und, wie schnell ist er? Oh, wir haben einen Speedmob, Alter. Zack. Ja, Speedmob. Also, jetzt machen wir hier No-Death-Run, Freunde. Ne? Oh Gott. Okay, wir haben... Okay. Wat? Ja, da kannst du, also... Ja, den Trash reinschmeißen, ne? Jetzt haben wir... Du hast einfach bloß mehr Mülltonnen. Okay. Der Mob, ey. Ja, da müssen wir mal schnell rüberbauen. Wäre auch geil, hätte man lieber tausend Sachen aufheben können. Das wäre viel sinnvoller gewesen. Ja, aber dafür, dass wir überall selbst auf dem Sofa Mülleimer haben. Ja. Da können wir nix. Sau geil, Alter, ey. Also, den Mob würde ich gern zu Hause haben wollen, ey. Zack, zack. Ja, das ist der Ultraswiffer. Der ist sehr teuer. Gibt's auch nur... bei GM. Uli schreibt auch gerade schön rein. Pipp mein Mob. Pipp mein Mob, genau. Der hat dich ungarisch, Junge. Ja, ne, den... Damit hab ich das mal gerechnet. Post namensweise. Oh, Alter, so viel... Ander Deck ist auch geil, Alter. Kann man machen. Why not? Hm, ha! Hm, hä! So! Ich glaube, tatsächlich... So musst du dich fühlen, irgendwie, wenn du... Wenn du von einem Produzenten angerufen bist. Wirst in so einem Haus. Und sagst, ja, ey, wir haben hier eine Taus gemietet hier... für einen Job, irgendwie, du musst dann nochmal sauber machen. Und du merkst, fuck, das war eine Pornoproduktion. So eine Scheite, so ein Dreck. Und das alles hier für 3,80 Mark. Die Armschweine sind so dermaßen unterbezahlt für diesen Job, irgendwie. So! Zack! Bam. So, jetzt haben wir hier alles. Jetzt gibt's noch hier schön das Bathroom. Hello! Math Bathroom. Geht doch. Sieht doch super aus. Was ist das hier für eine Scheiße? Ja, guck mal, auf Tab haben wir... Ach, nee, Go Home haben wir... Oh! Oh, hast du das gesehen unter dem Bett? Ja. Oh! Ich dachte zuerst, das wäre eine Katze, aber das war eine Hand. Nein. Wüsste, wer das war? Ich sag nur... Ja, damit hab ich's heute irgendwie. Sorry, Leute. So, dann schauen wir mal. Nanananana. Nichts wie Weg. Ja, ja, aber jetzt kommt auch gleich nochmal irgendwas, oder? War da nichts? Nein, nein. Nein, nein. Jetzt klürzt es nochmal kurz. Hey, danke dir so viel, dass du das Haus geschehen hast. Das Duschbeck, ey. Obwohl, du hast eine sehr spezielle und sehr günstige Antik gebrochen. Und du hast alle Teile für mich geschehen. Also, ich werde das von deinem Payment dedukten. So, ja. Ja, danke für das. Aha. Wat für'n Typ. Wat'n Spaten. Wat'n Spaten. Schön. Liebe Freunde, das war Legnight Mob. Mich würde uns freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Irgendwie, wenn ihr euch erschrocken habt, lasst gerne ein Abo da. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis denn. Und Benni sagt... Reingau'n. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020